Jo leute hier ich und creep und der versteckte junge da hinten mal wieder machen wir jetzt mal mach eine avenger map durch die heißt pokémon kanto region und jetzt können wir ja schon mal die staaten juli ohne pokémon die beginn es ist kein pokémon kann ich nicht an die spiel an die spieler was wieder er sind weil sie das ist mir noch nicht aufgefallen leute so runtergehen auch ein oh leider d dac mutter das ist meine mutter d d Hahahaha 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 Oh mein Gott Hahahaha Ok wer wohnt hier? Garrys Staff Ok was steht da? Ähm Nothing Krieg ich die Karte? Gib die Karte her Danke Oh Alter die Map ist ja richtig groß Leute Das ist also Garrys Mutter Die sieht überhaupt nicht so aus wie Garry Mutter Ähnlichkeit Aber ist ja egal Aber was gibt es hier? Oh das ist ein Pokémon Glomanda Creative So wir gehen mal zu Professor Eichel Ich mein Eich Hahahaha Ja ok Ok Please da beginn Ey nein 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 Ok ich will mal schicken Kann ich das haben? Ich bin ein Creep Ich nehm Glomanda Ich muss mich Ich nehm Glomanda Aber ist cool gemacht Ok was steht da? You need to surf to rows Ok da braucht man einen Surfer Oh da ist ein Pokémon Oh da ist ein Pokémon Alter da ist ein Pokémon Äh er hat gesagt Monster Route 1 Pass auf Bei mir ist eine Spinne Alter Mob me ihn Mobbing Christ Ich hab schon gespielt aus Ok komm mal Das ist so ein Slime Oh das ist ein Schatz Das ist ein Schatz Das ist ein Schatz Oh Gold Oh Gold Ja ich brauch nur Ich hab ja neun Hm Tschüss 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 Wenn ihr mehr von Avenger Maps Spiel sehen wollt Dann schwebsen die Kunde rein Ja Biche Pokémon Was macht das denn hier? Guck was das macht Ey wir müssen nur so Papiere filmen Hm Haha Ok hier ist das Po PC Was bedeutet das? Pokémon Center das ist doch das ist doch das der markt ich mache trotzdem die musik ich brauche ich brauche pokédex pokédex nein krieg ich das alles rassistisch pokémon lesson ok da steht da vitoria city du bist ja ist klar dass die erste arena doch gmf denn das ist nicht als arena ich habe ganz nichts rein der erste gegner ist ein skelett vor allem zurückkommt k versteht da die lieb meint du brauchst HM Cordillis ddu-ddu-du-ddu-du du 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 duig Was wundern wir die Waffe? Wir haben geraten Schuhe Wie ist der Skull? Was heißt HM Cord? ja so die weißen wo wir dort ja auf maschine wo man da ja was steht da you were right in the walking er arbeitet das ist ein schuss das ist ein schuss wow los pokémon los ich trenne oh pass auf pass auf pass auf das ist ein schulper das ist ein schulper verdammt oh wirklich wo ist es ich brauche die pfeile du hast doch keinen boden ich brauche die eier ah da ist ein pokémon komm nicht durch ich glaube wir müssen hier oben nach oben oh nö parkour oder auch nicht von hier von hier von hier wir haben nicht mal die erste arena also ich bin noch nicht so einfach oh ne ich hasse bitte mich erwähne ich das noch mal oder es ist wieder ein hässlicher extra oh nicht dieser t sprung ich sag dazu extra t oh es wird dunkel scheiße das ist automatisch das ist dunkel wird es ist automatisch das ist ein pokémon dunkel wird ja das bist du nein das ist ja also leute hier machen mal 15 minuten fahrts weil 10 sekunden also 10 minuten immer so langsam also 10 minuten immer so langsam also 10 minuten immer so langsam das hier mach mal 15 minuten ok pokémon ist cool du mit deiner anzeige ist es aus immer wieder nein ja toll ich mach mal diese geräusche komischen sounds da sind pokémon da sind pokémon hab ich ich kann man das hinter diesem monster nein das war das was war das mit pokémon was ist für eine pokémon was für monster war es bei minecraft ich hab dich an die spinne aber ich würde sich einsetzen weil das ist der fehler ja das bist du nein das ist so meine ppp ist aus bei mir was heißt das inventar behalten ist aus nein da ist wirklich schwer das kann man warten es tut mir leid dass ich mich gerade so oft mit diesen jungen da aufnehme ich hab einfach keine freunde spaß weil mir ist gerade keiner online der mit mir aufnehmen will und so weiter deswegen habe ich ihn gefahren ey das ist eine spelle das ist kein blumander ich muss ja echt wieviel schicken hatte ich das habe ich gar nicht gesehen blumander ist ein feuerbogen und schien ist ein wasserbogen und schien ist alles leider zu ne ist egal Sockel meins bei mir ist level 18 das ist die wahrheit aber er kann leider nicht aufnehmen leider hat er ne scheiß probleme aber er ist richtig viel schaden was die sind so blind ich sehe ich nicht das ist nicht schwer das ist nicht schwer ich war einfach oah das ist doch voll fc f e k f e k bedeutet hühnchen freiheit wir können aber gleich direkt in die nächste folge aufnehmen ich hab darauf bock du kannst einfach durchspielen und aufnehmen und die liga weißt du was Spaß keine Sorge die liga ne wir meinen das nicht ernst wir waren schon sch ja war ich auch schon ganze zeit aber ja wir können doch gleich es geht schon gleich in zwei minuten ist dann die aufnahme vorbei ja gut ja jetzt habe ich den jump nicht mehr das ist ja lustig also unser essen geht auf jeden fall aus und das ist grad nacht das ist nicht gut das ist immer bei dir das ist immer bei dir oh du hast ein feuer hart ne jetzt schaffe ich auch immer den jump nicht mehr das ist unlogisch okay wir können schon mal uns verabschieden gleich langsam ich kann sich ja schon mal aufstellen schon 14 dasbett man dasbett hat mich abgelenk dasống drunter geflogen na 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 homo komm 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 hier an diese Glas die müsste dahin komm mal ja Okay, hoffe ich hat euch gefallen Und hoffe ich komme keine Spinnen wieder von Ecke Aber egal, hoffe ich hat euch gefallen Abonniert mich, wenn ihr gut seid und guckt mal was für das Spannende vorbei Und ja, wir sehen uns dann gleich Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder Bei Avenger Ponto Konto? Ich weiß nicht mehr von Konto und ich konnte Und ich fühle so oft Pokémon Oh mein Gott Nein, das ist Kon Okay, hoffe ich gefallen Und schaut dann mal Spannende vorbei und ciao